Servus meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, jeder kennt das, wenn man Stress hat, muss ein Gericht schnell gehen. Deshalb möchte ich euch heute ein Gericht zeigen, das relativ schnell geht. Und zwar machen wir eine Tomatencremesuppe, ist ziemlich simpel und dann würde ich sagen, starten wir mal zu kochen. Als erstes schneiden wir mal die Zwiebel. Dann wird der Knoblauch geschält und geschnitten. Tomaten müssen natürlich auch geschnitten werden. Das Ganze gebe ich immer in eine Schüssel. Nun wird es abgebraten. Dafür verwende ich Olivenöl. Und Salz, selbstverständlich unjotiert. Auch Gemüsesuppe kommt rein. Das ist eine Biosuppe, von daher habe ich da kein schlechtes Gewissen. Kann man auch selbst zu Hause machen, wenn man möchte. Schlagobers darf nicht fehlen. Das Ganze berühren wir jetzt. Dabei ist darauf zu achten, dass man nicht raus spritzt. Das ist mir leider passiert. Kann man aber nicht ändern. Und ja, nun würde ich sagen, guten Appetit. Ja Leute, das war meine Tomatencremesuppe. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben hier. Abonniert mich da oben. Hiermit bin ich raus. Ciao.